Liebe Stars, willkommen zum Spiel Bodymoving. Bodymoving. Bei diesem Spiel müsst ihr so viel Gewicht wie möglich auf die Plattform bringen. Ihr dürft die Objekte nur transportieren, wenn ihr sie beide berührt. Und ohne eure Arme einzusetzen. Wenn ein Gegenstand hinter der roten Markierung den Boden berührt, ist er aus dem Spiel. Das Paar mit dem Höchstgewicht gewinnt und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Oh Gott im Himmel. Wie kriegt man denn eine Waschmaschine? Dahingeschoben? Oh Gott. Geh so, geh da? Ne, da, an die Seite. Wo willst du denn? Wir gehen so hoch. Das ist halt so, dass es rutscht, die Scheiße. Ja, du musst... Drück, drück. Drück. Drück, drück, drück. Aua! Hu... He, heb doch an. Hä? Da komm ich doch nicht noch mal raus. So? Jetzt geh hoch. So, jetzt. Lauf zu. Brich mir nicht das Knick. Aua! Gut, such schon mal den nächsten Gegenstand. Komm, wir nehmen noch mal den. Pass auf Vorsicht, Fassi, du musst jetzt davor. Jetzt gucken wir mal. Arsch ist? Oh. Langsam. Au, au. Langsam geht's. Ganz ruhig. Du musst ein bisschen Platz machen. Ja, mach ich doch. Warte mal, warte mal. Einer rechts, einer links. Drück gegen mich, drück du gegen mich. Ich muss gleich pupsen. Drück fester, du musst fester drücken. Drück, 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 drück. Drück dagegen, lauf du fester. Wieso hab ich den Drück-Part eigentlich? Drück, 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 drück. Drück, drück. Du warst noch nicht drüber. Scheiße. Langsam, langsam. Schatz, du merkst es doch, wo der ist. Hier rutscht er runter. Hier rutscht er runter. Nee, du hast ihn. Toll. Ja, weil du hochgehoben hast, dann ist er bei mir runter, weißt? Okay. Was ist noch schwer? Alter, meine Muschi. Ja, meine Beine, Alter. Ja, voll, schön. Fuck. So. Du läufst. Oh, das rutscht, das rutscht, das rutscht. Der ist zu glatt. Nee, du musst drücken. Wie soll mit der Waschmaschine? Kipp die um auf mich drauf. Warte. Kipp die auf mich drauf. Scheißegal. Und dann? Ich steh irgendwie auf, Alter. Pass auf. Alter, die war schwer. Ah, ja, 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 Schatz, kipp mal zurück. Ich steck meinen Arsch in die Arschung. Deiner ist doch viel größer wie meiner. Was soll das jetzt? Drück mal fest da drüben, mehr nach vorne. Die Waschmaschine. Scheiße. Langsam, langsam, du haust ab. Schatz, du haust mehr ab. Ja, dann lass mich da rein. Okay. Warte, Schatz, nicht so. Ja, warte, Schatz. Du musst ganz langsam. Ey, fuck out. Das ist bitte schwer, die Scheiße. Endgegnerspiel schon. Das ist schon wirklich so Masterclass. Hoch. Oh Gott, nee, ich finde die andere Seite besser. Warte. Andere Seite. Warte jetzt. Drück hoch den Kack. Warte jetzt. Warte, stopp. Warte. Warte. Warte, warte. Ja, komm, probier was anderes. Das ist mir zu blöd. Fang an zu krabbeln, geh mir nicht auf den Sack. Nicht so feste drücken. Drück feste, Schatz. Drück feste. Jetzt, warte, warte. Fuck, Alter. Ja. Diese Scheiß Waschle. Die wiegt natürlich nichts, ne? Ja, du? Die wiegt nicht viel. Nein, nein, aber egal. Langsam. Doch. Weil du rennst einfach sinnlos weiter. Mehr dagegen? Ja, du musst langsam mal laufen, du Vogel. Okay, nochmal. Du musst aber drücken. Oh nein, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Oh, was machst du? Du bist so schnell. Du musst langsam machen. Okay, nimm. Nimm jetzt. Du gibst nicht auf, Alter. Was ist los mit dir? Ja. Ja. Ne, das tut so. Lass die Bank drücken. Hier, komm, der Reifen, der ist auch schwer. Komm durch. Komm rein. Ja, der gibt Gewicht. Gut so. Langsam, langsam, langsam. Auf den Stroh. Warte, ich mach meinen Kopf zwischen die Beine bei dir. Warte, warte. Jetzt helb ihn. Ja. Hast du das? Ich wollte schon immer mal ne Puppe zwischen den Beinen. Ja, so geht das nicht. Was? Ja, so. Warte, warte, warte. Du musst es halten, dass ich... Ja, das versuch ich gerade. Komm noch mal. Ja, das hängt ja schon vorne über. Komm her. Hey, wie jetzt doch nicht? Nächster Plan, ja. Genau. Okay. Und jetzt? Lass dir was einfallen. Ich häng nicht umsonst mit meinem Kopf zwischen... Ja, Schatz, das geht so nicht. Dann nimm sie hoch. Ja, wie denn? Lass dir was da unten einpacken. Ne, Schatz, es geht nicht so. Wie soll ich denn da runtergehen? Klemm sie mit den Beinen ein. Schatz, hast du das nicht? Es geht nicht. Ach. Was ist denn so? Was geht denn? Ist auch so schlau. Scheiße, ey. Warte. Ja? Hilfe. Die kippt gleich rum da. Ich hab sie doch. Die kippt. Wohin denn? Wo soll ich denn hingehen? Ja, runter einfach. Schatz, aber so, dass du nicht natürlich in den Zeug siehst, wo sie hin muss. Ja. Ich fass nichts an. Ach komm, du. Gut. Fass nichts an. Passt. Gut. Warte, wir können auch den vielleicht zwischen die Kniekehlen nehmen. Einer vorne, einer hinten. Der rutscht hier raus. Das schaffst du nicht bis da hoch. Ja, aber so wie du dein Ding eingeklemmt hast. Aber du schaffst das nicht. Du musst ja mitklemmen. Der ist aber nicht schwer. So ist. Wieso, der darf doch auf dem Boden liegen. Guck mal. Guck mal. Umlaufen mit... Also, ja, bleib so. Du musst nur weiter hier rüber. Ich hab ja sonst keinen Platz. Jetzt... Du sagst eine Idee in einer Sekunde, wenn es dazu läuft. Nein, du musst halt mal zuhören. Ich hör die ganze Zeit zu. Das ist kein Problem, du hörst nicht zu. Das versteht sie dann nicht. Dann will ich es ihr zehnmal erklären. Und dann versteht sie halt nicht, warum ich auch keine Lust mehr hab, irgendwas zu erklären. Weil, da macht es ja auch keinen Sinn. Weil die Zeit läuft weg. Warte doch, Schatz, du musst reden. Bist du soweit? Ja, jetzt. Okay, hoch. Und dann... Kannst du aufstehen? Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ja, ich steh auf. Langsam aufstehen. Erstes Bein, erstes Bein. Ja, mach. Zweites Bein. So, langsam, Schatz. Ja, langsam. Ich... Du läufst dann einfach zu. Ich laufe, ich laufe. Ja, ich laufe auch. Ich laufe. Warte, ich dreh mich nach links. Nach links. Von dir aus gesehen, oder was? Ja, Mann, von mir. Schatz. Schatz. Fuck, Mann. Langsam. Schatz. Mach kurz zu. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich dachte, ihr schlägt uns. Quatsch. Wir sollen ja uns schlagen. Wir waren doch drunter. Schatz, einfach nur Konzentration, okay? Was ist denn los? Das ist, wo alles liegt. So. Drück und lauf schneller. Ja. Ist er gerade. Oh, 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 oh. Ist er... Boah. Thomas. Ja, sag, der ist drin. Mach doch langsam. Ja, würde ich ja gerne, wenn zu einfach wäre. Du, der ist so hektisch. Komm, drück, drück, drück. Geh. Drück, 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 drück. Oh. 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 Pass auf, Schatz. Hast dir wehgetan. Oh. Schatz, du musst ihn nur berühren, nicht sehen. Ja, ich berühre ihn doch. Aber ich sehe nichts, gell? Weiter, weiter. Geradeaus, geradeaus. Nein. Hier lang. Hier. Hier jetzt. Warte. Bisschen nach rechts drehen. Bisschen nach rechts drehen. Warte, weiter, weiter, nach rechts. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Ja, ja, jetzt. Ja. Ich muss doch nur dranbleiben an dir. So, du läufst jetzt weg. Du läufst. Okay. Komm, ich drück sie hoch. Können wir weiter rechts gehen? Ja. Oh. Drück. Ja. Schatz, du musst stehen bleiben. Stehen bleiben. Nee, das geht nicht, Alter. Scheiße, ey. Geh da rüber. Kopf da rein. Komm. Hopp. Hopp. Hast du mir über den Kopf weggezogen? Bleib stehen, bleib stehen. Drück gegen. Fester. Super, schaffst du. Ja. Gerade. Langsam. Langsam. Fester gegen. Drück. Oh nein. Nein. Fuck. Fuck. Scheiße, Alter. Fuck, Alter. Scheiße. Fuck. Oh. Oh. So, gut. Nein. Geht? Ich kann mich nicht bewegen, ey. Ich hab einfach zu viel Gas gegeben, Christina dann auch. Mir kam danach so die Kotzerei am Ende. Was haben wir am besten gemacht von allem? Wir waren mit Rücken. Scheiße, ey. Geh mal. Schatz? Schatz. Ach.